und willkommen zurück zu resident evil 7 biohazard so ich habe jetzt schon mal das zeug hier eingesammelt und ich würde sagen auf in den neuen versuch gegen jack baker ich hoffe mal dass sie jetzt hier durch ich habe ja schon ein bisschen so plan ausgemacht ich werde jetzt hier mit den türen probieren also wir haben praktisch hier hinstellen und werden schauen wo er lang geht dass ich halt dementsprechend dann hier verschwinden kann oder wenn er jetzt hier lang kommt ja dass ich hier lang rennen kann dann und auf die andere seite wieder rauskommen so probieren was mal ich wünsche mir viel glück leute ok er kommt ok jetzt werde ich mich hier hinstellen ich hoffe mal nicht dass er mich sieht du kannst ja nicht irgendwie ums eck gucken das ist richtig scheiße ok da ist er ok er geht da rein ok die keller hat den haben wir jetzt weiß ich muss nicht wie wir zurückkommen wir kommen hier nicht raus leute wir kommen hier nicht raus ich würde sagen wir gehen wir jetzt hinterher ok warte mal jetzt will ich erstmal das schnell untersuchen ok da gibt es nichts jetzt muss ich nochmal schnell abwarten bis er herkommt ok 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 Scheiße, jetzt geht er durch. Oh mein Gott, boah, wo ist er denn, boah, ich drehe durch. Und wenn er jetzt davor geht, dann laufe ich ihm wahrscheinlich in den Arme rein. Okay, hat man schon gesehen, er steht genau ums Eck rum. Okay. Versteck mich wieder hier. Wollen wir nicht, dass er jetzt hier herkommt. Oh, bitte komm hier nicht her. Wie macht es keinen Spaß? Guck mal, wo bleibt er denn? Das kommt doch irgendwie von hier, oder? Boah, die Musik, ey, da. Aber hier ist er ja nicht. Fuck! Hier bin ich. Nein. Wozu Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Geh da runter, Mensch! Boah. Alter. Oh. Boah. 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 Okay, 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 okay. Kurz durchschnaufen. Okay, was sie mit hier alles? Okay, er ist auf jeden Fall über mir. Wahrscheinlich wird er gleich durch die Decke durchbrechen. Oh, eine antike Münze Ist wahrscheinlich irgendwie unter der Veranda oder was das hier sein soll Keine Ahnung Okay, liegt nur Oh Gott Hier ist ein Stromkabel Das führt doch hoch Okay, gehen wir mal hoch Oh, ein Speicherpunkt Oh, mhm Ich nehme jetzt erstmal das ganze Zeug hier mit Auf jeden Fall Inventar kombinieren Was ist denn das? Flüssige Chemikale Eine Flüssigkeit, die erst mit anderen Objekten kombiniert werden muss Um nutzbar zu werden Kombinieren? Mit was? Kombinieren Achso Frau Äh, ein Kraut und eine Flüssige Chemikalie ergeben ein Erste Hilfe Arznei Okay Okay Dann sehen wir das auch Was gibt's hier? Hier können sie Objekte verstauen Ah, okay Das ist praktisch die Kiste Weiß nicht Brauchen wir die? Eine alte Gedenkmünze Weiß nicht, ob wir das brauchen Okay Du würdest sagen Eins bewegen Nee Kombinieren Okay, dann tun wir die mal rein Ich kann sie hier mal dann wiederholen Das ist praktisch wie so ein Vorratslager Hier wie in Resident Evil 1 und 2 und sowas Also doch wieder ein bisschen was von den alten Teilen aufgegriffen Schön Sehr gut Gefällt mir ganz gut Sieh, alte Socken Die miefen furchtbar, so sehen sie auch aus So, ist jetzt hier drin nichts mehr Würde ich sagen Speichern wir mal Und zwar eine neue Speicherdaten Ja Okay, dann würde ich sagen Gehen wir hier aus der Tür raus Oh, da gibt's ja noch was Ah, okay Dietrich Sehr gut Was kann man hier machen? Gar nischt Okay Was ist das hier? Ein Wackeldackel Okay Eins, zwei Und raus Boah, jetzt klingelt das Telefon schon wieder Warte mal zu hier Okay Gehen wir mal ran Gut gemacht, Ethan So, ich stelle es Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör zu, wenn du am Leben bleiben willst Du musst aus dem Haus raus Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle Okay Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex Verlier nicht Er ist wichtig Okay, durch die Eingangshalle Das war da vorne Da wo der Schlüssel war Da war links War eine riesen Tür Ich denke mal Ich denke mal, dass sie das meinen Speichern wir nochmal ab Ist egal Okay So war glaube ich nichts mehr jetzt hier, oder? Ich hab nichts mehr gesehen Hier vielleicht noch irgendwas Okay Ich denke, wir haben alles in dem Raum Okay, dann würde ich sagen Ich weiß ja da jetzt nicht, wo der blöde Blöde Penner da ist Ist der wieder hier vorne? Oh mein Gott Ich hab das Gefühl, dass gleich irgendwas passiert Okay, hier ist keiner Was ist denn das hier überhaupt? Warum liegt denn das Bild hier? Keine Bedeutung zu haben anscheinend Das ist die Eingangshalle Hier gibt's kein Schlüssel noch Scheiße Okay Okay, ich komm hier nicht raus Okay, das sind deine Kinder anscheinend Seine Kinder anscheinend Hm Jetzt warte mal Hier kommen wir nicht weiter Dietrich können wir dann nicht benutzen Dann brauchen wir irgendwie einen Schlüssel oder sowas Ein komischer Mechanismus da dran Die Eingangshalle Und hier ist ja schon in dem S-Bereich und vielleicht hat der irgendwas liegen lassen oder sowas. Keine Ahnung. Man weiß ja nie. Oh, was ist das? Ja, ich bin ja schon da. Oh, ein Polizist. Okay. Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein. Nein. Okay. Uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt es Irre, die mich umlegen wollen. Verdammt. Tja, na gut. Ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben. Okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie einen Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Okay, mit dem Messer müsste ich unten eigentlich einen Kasten aufmachen können. Was soll ich mit einem Messer? Oh, hat es nämlich ein Heilding. Mein Gott. Oh. Ey, 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 ey. Ne, das ist scheiße. Optionen. Ich will sie nochmal schnell neu laden. Das ist blöd. Ich will eigentlich mein Heilzeug nicht verballern. Falle, wenn ich da auch nicht so viel habe davon. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Ich spiele nochmal bis zu den Polizisten hin und wir steigen dann genau dort wieder ein. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da oder auch ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, servus. Euer André.